Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hier habe ich eine Pro-Sitzen mit Kindern, die sich dafür einsetzt, dass Mütter oder während der Mütter aufgeklärt werden und Wissen oder mehr Wissen darüber haben, wie man ein Kind besser ernährt oder vielleicht einfach mal andere Sichtweisen sehen. Ja, Caro, stell du dich mal am besten vor. Ja, hi, ich bin Caro. Genau, ich sage immer, ich bin Psychologin, Doula und Zweifel für Mama, wenn ich weiß, was Doula ist. Doula ist eine Geburtsbegleiterin und ich begleite eben Eltern auf ihrer Schwangerschaft, Geburtsreise und auf der Reise zu Eltern sein, biete da eben eine mentale Unterstützung, mache noch parallel eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin für Schwangere und Stillende, werde da auch die A-Lizenz erwerben. Das heißt, weiß auch, wie man Kleinkinder am besten zum ersten Lebensjahr ernährt. Das ist auch Teil der Ausbildung. Und ich habe zwei TikTok-Accounts, das heißt einmal meinen Geburtsbegleiter-Account, der heißt einfach Psychologin, Doula Mama, beziehungsweise Alpha Relations und da bin ich auch auf Instagram aktiv. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Kanal aufgemacht, der heißt Endlich Gewohnen, wo ich mich auch so ein bisschen auf der Reise nach Wahrheit und Gesundheit befinde. Für mich, aber auch für meine Familie, wie dann auch Leia schon gesagt hat, weil es mir einfach total wichtig ist, ja, da wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Ich sehe schon, du bist hier eine Expertin oder eine werdende Expertin, der eine sagt, du bist auf jeden Fall weiter und hast schon bereits enormes Wissen. Wie ich sehe, für eine Mutter wahrscheinlich oder für eine werdende Mütter wahrscheinlich die perfekte Ansprechperson, ja. Also meinen Respekt hast du auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall der Menschheit auch einen Mehrwert bietest und nicht einfach, ich sag mal, vor dich hin lebst, ja. Du machst wirklich Spaß, um diese Gesellschaft voranzubringen. Das finde ich sehr gut. Ja, es macht mir auch einfach total Spaß. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt mache, um Geld zu verdienen. Wenn das Geld dazukommt, ist das natürlich auch hübsch und nett. Aber ja, ich mache es für mich und auch für meine Mitmenschen, weil ich es schlimm finde, teilweise mit anzusehen, was Menschen aus Nicht-Informiertheit heraustun, aus Naivität, wo man ja sagen muss, man eigentlich gar nicht böse sein kann da drüben. Und wenn man das Beste für das Kind tut und man denkt wirklich, man tut das Beste, da kann man es einem nicht übel nehmen. Weil jeder möchte für sein Kind natürlich das Beste, aber wenn man zu wenig Informationen hat oder vielleicht sogar die Basis quasi schon falsch gelegt wurde, wo man halt nicht die richtigen Informationen hatte, dann ist es natürlich schwierig hier zu sagen, ich mache das falsch oder richtig. Das ist dann immer die Betrachtungsweise des Einzelnen. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mein erstes Kind per Kaiserschnitt geboren. Ich lag dann im Krankenhaus und war natürlich unfähig aufzustehen. Ich war das erste Mal Mutter, ich war verwirrt, ich hatte Schmerzen, ich war unfähig, mich zu bewegen, weil man wird da ja betäubt beim Kaiserschnitt. Und dann wurde mir nachts das Kind einfach mitgenommen. Also ich lag, ja, ich lag da quasi im Krankenhaus und habe geschlafen und ich bin aufgewacht und mein Kind war weg. Und die hatten so Rollbetten, die man quasi einfach so ans Bett schieben konnte, aber auch da wegrollen. Und dann hatten die wohl mein Kind irgendwie weggerollt und ich habe geklingelt und habe gesagt, wo ist mein Kind? Also da kriegst du erst mal einen Schock, ja. Ja, und dann hieß es, ja, sie hat so geschrien und sie hatte Fruchtwasser noch in der Lunge und hat nicht richtig Luft gekriegt. Und dann haben wir ihr den Magen ausgepumpt und ich war wirklich total geschoppt, weil ich gedacht habe, dieses arme Kind war ohne mich einfach weg. Ihr wurde der Magen ausgepumpt, das heißt, mit ihr wurde etwas gemacht und die Muscha war nicht dabei, ich war nicht dabei. Ich habe wieder zugestimmt, noch konnte ich von meiner Tochter da sein. Und ich habe dann gesagt, prägt mir sofort meine Tochter wieder, sofort. Und dann hieß es auch, ja, sie haben ja geschlafen, wir wollten sie schlafen lassen. Also das finde ich schon irgendwie komisch. Ich weiß, natürlich kann man jetzt sagen, okay, die haben im Notfall gehandelt, weil die das so gesehen haben, okay, es ist ein Notfall, wir müssen nicht schnell handeln, das Kind nur zu retten. Vielleicht wäre es erstickt. Ja, nicht so gut, wenn man, wenn die Mutter halt davon nichts weiß und plötzlich wachst du als Mutter auf und dein Kind ist weg, dein Frischgeborenes, was gerade wirklich erst da ist. Das ist wirklich, kann man auf den ersten Blick, wenn man das hört, eigentlich nicht glauben, aber echt. Ja, also ich bin nicht die Einzige. Ich habe das auch schon mal geteilt auf Social Media und ich war nicht die Einzige. Und um dann auf unser eigentliches Thema zu kommen, mir wurde dann auch am nächsten Morgen gesagt, ja, als meine Tochter dann sozusagen weg war ohne mich, sie hätte ja so Durst gehabt, so einen Hunger, da hätten sie ihr eine Flasche Prämilch gegeben und sie hätte ja ganze 90 Milliliter abgepumpt. Und eine Mutter nicht zu informieren, die eigentlich stillen möchte, ich wollte stillen, mir zwar voll, einfach umgefragt dem Kind Prämilch zu geben, ist Körperverletzung. Und das sage ich an der Stelle ganz genauso, wie es ist, denn auf nur einen Tropfen Prämilch kann das Allergierisiko des Kindes später um ein Vielfaches in die Höhe treiben. Nur eine Flasche. Und diese eine Flasche hat man ihr gegeben, ohne mein Wissen, ohne mein Einverständnis. Ja, und ich habe das damals meiner betreuenden Hebamme erzählt und sie hat gesagt, das ist ein Brief, ein offizieller Brief an den Klinikdirektor wert. Weil er gesagt hat, wer sowas macht, egal ob Krankenschwester, Pflegerin oder wer auch immer, Hebamme mit Aromen läuft, kriegt eigentlich für sowas eine Abmahnung, wenn nicht sogar eine Kündigung. Aber das ist gang und gäbe, dass das passiert. Das passiert regelmäßig. Du musst also als Mutter eigentlich im Krankenhaus sofort sagen, ihr passt auf, bekommt mein Kind auch nur eine Flasche Prämilch oder, meine Einverständnis, gibt es eine sofortige Anzeige wegen Körperverletzung. So würde ich da das nächste Mal rangehen und nicht anders. Also da muss man da auf jeden Fall mehr aufklären und auch jede Mutter muss sich auch mehr da einsetzen und den Mund auch mehr aufmachen sozusagen, oder? Ja, aber vor allem, wenn du das allererste Mal als Frau wirklich schwanger bist oder in ein Krankenhaus gehst und du denkst, ach die wollen nur Gutes und wie auch immer, du denkst an sowas nicht. An sowas denkst du absolut nicht, dich da abzusichern oder im Vorhinein, wenn du da, ich sag's jetzt einfach mal plapp, wie es ist, aufgeschnitten liegst, dann denkst du an sowas nicht. Und dazu kommt, dass die Menge, die du stillst, das heißt die Häufigkeit, in der du dein Kind anlegst, in den ersten zehn Tagen, darüber bestimmt, wie lange du dein Kind stillen kannst. Die ersten zehn Tage bestimmen darüber, ob du voll stillen kannst, voll stillen heißt, ohne zuzufüttern, oder ob du eventuell nicht genug Milch bildest, weil du in diesen ersten Tagen nicht auch genug das Kind angelegt hast und zum Beispiel ab dem vierten, fünften Monat halt Prämilch zufüttern musst. Und das entscheidet sich in den ersten zehn Tagen. Um mich aufzuklären, weil ich nicht so der Experte oder irgendeine Frau, die dein Kind quasi Prämilch gegeben hat, du hast gesagt, 90 Milliliter abgepumpt, bedeutet das, 90 Milliliter hat das Kind sozusagen getrunken? Ja. Okay, weil abgepumpt, verstehe ich irgendwie anders. Ja, ja, klar, nie, abgepumpt ist in dem Kontext auch ein bisschen missverständlich, weil man kann ja auch Milch abpumpen mit einer Milchpumpe. Nee, sie hat es so formuliert, dass sie, also meine Tochter wohl die Flasche angesetzt hat und dann wirklich alles restlos ausgetrunken hat, was ich mir aber auch schwer vorstellen kann, denn am allerersten Tag, wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, hat es eine Magengröste in der Form einer Kirsche. Das ist so groß. Wow. Also am nächsten Tag ist es vielleicht hier so eine kleine Mirabelle oder Aprikose und am dritten Tag wird es so langsam zu einem Ei, ja, so ein Hühnerei-Größe, aber da passen überhaupt gar keine 90 Milliliter rein. Das geht eigentlich nicht, ja. Und ich habe mich da schon gewundert, warum das da mit dem Schwein wieder rausgekommen ist. Ja, ist ja klar, weil das Kind es überhaupt nicht verdauen kann. Also das ist Wahnsinn, was alles uninformiert passiert. Ich sage immer, es gibt auch Frauen, die nicht stillen können, ja. Die haben einfach zu wenig Brustgewebe oder die sind zum Beispiel Opfer von einem sexuellen Missbrauch geworden und sagen, sie können das einfach nicht mit der Brust. Da würde ich aber auch immer sagen, besser aufarbeiten mit einem Therapeuten, weil du wirst ja nicht nur beim Stillen damit konfrontiert, sondern eventuell auch bei anderen Lebenssituationen. Und da ist es natürlich immer hilfreich, da sich einfach eine Therapie zu suchen dagegen. Nichtsdestotrotz, so circa zwei Prozent der Frauen können aus anatomischen Gründen tatsächlich nicht stillen. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn eine Frau sagt, bei mir klappt es einfach nicht, ich habe alles versucht und wie auch immer und jetzt mache ich das. Sondern ich habe was gegen diese Einstellung, dass die Prämilch ein gleichwertiges Produkt zur Muttermilch ist. Weil das ist sie einfach nicht. Also es wird sozusagen so dargestellt, als wäre es ein gleichwertiges Produkt, aber ist es gar nicht. Ja, also wenn du eine Stillberaterin fragst, dann sagt die dir natürlich auch, dass es kein gleichwertiges Produkt ist oder eine Formularberaterin, das ist eigentlich der richtige Ansprechpartnerin, das ist das Thema. Aber wenn du so in Social Media unterwegs bist, was ja die meisten Schwangeren sind, weil du suchst natürlich erstmal einen Anker, möchtest dich ein bisschen informieren, suchst dir Vorbilder, ne, hangelst dich da so ein bisschen lang. Und da in dieser Social Media Bubble kommt so langsam so ein bisschen die Dynamik auf, boah, wir sind voll cool, weil wir alle nicht stillen. Das ist so ein Trend, beziehungsweise so eine Richtung abgesetzt wurde irgendwo. Es ist langsam wie so eine Art Richtung, dass man sich gegenseitig total supportet und sobald eben eine Mutter kommt und irgendwas Negatives gegen Flasche sagt oder es muss doch nicht mehr negativ sein, sondern es kann nur so der leise Haut Richtung, ja, aber überleg doch mal, stillen könnte doch vielleicht vorderlafter sein. Weil derjenige ist sofort, der ist sofort raus, also der wird überrannt mit Shitstorm. Also ich dürfte sowas gar nicht auf meinem Kanal sagen. Ich glaube, ich hätte von jetzt auf gleich 2.000 oder 3.000 Leute, die mir folgen würden. Das ist ganz offen. Okay, also ist was der heutige, wenn man heutzutage sagt, stillen ist besser als bremisch, ist das so wie so ein Verschwörungstheoretiker schon heutzutage, oder? Ja. Da muss ich dann sagen, dass wir, beziehungsweise du hier noch viel, viel mehr Arbeit oder Öffentlichkeitsarbeit leisten musst, weil das geht so nicht. Das finde ich nämlich auch und ich habe eine befreundete Stillberaterin, mit der ich mich auch immer austausche, die mir auch schon sehr, sehr viele Infos mitgegeben hat. Und sie hat auch gesagt, ihr gefällt einfach diese Entwicklung nicht. Wo das Ganze hingeht. Also ich habe zum Beispiel letztens ein Video gesehen von einer Mutter mit Zwillingenkindern und sie fing das Video an mit einer starken Ruck. Man kennt es ja auf Social Media, starke Rucks zum Einstieg. Ja, weil man mischt ja auch viel Aufmerksamkeit. Und sie begann das Video mit, ich habe mich gegen das Stillen entschieden, weil ich wollte mir meine Brüste nicht versauen. Und das Video hieß, Vorteile des Flaschegebens. Und dann hat sie ein Video gemacht, über die Vorteile, eine Flasche zu geben. Und diese Frau hat an die 200.000 Follower. Und erst mal, sie hat diesen Spruch, den ich anfangs genannt habe, mit den Brüsten als Aufhänger genutzt, dass die Leute das Video gucken. Hat es dann danach aber verneint. Hat also dann gesagt, ja, nein, das ist natürlich nicht der Grund. Aber Leute, die das Video nur die ersten fünf Sekunden gucken, es gibt Leute, sehr, sehr viele Leute, die das Video nur die ersten fünf Sekunden gucken, haben sich nur diese Aussage gemerkt. Und was speichern die sich ab? Die speichern sich jetzt ab, oh, boah, also meine Brüste würde ich mir jetzt irgendwie auch nicht versauen. Ja, vor allem, weil heutzutage ist ja so viel auf Äußerliches bedacht. Und alle, die Körper tipptopp haben, dringend ja extrem so in die Richtung, wenn du das tust, dann wird dein Körper halt nicht mehr so schön aussehen. Obwohl ich glaube nicht, dass das eigentlich nicht der Fall ist, dass irgendwie wirklich eine Desinformierung beziehungsweise in die falsche Richtung leitend irgendwo. Ja, ja. Und dann nennt sie weitere Gründe, warum sie findet, dass Flaschegeben besser ist. Es gibt ja von der Weltgesundheitsorganisation ein offizielles Werbeverbot für Prämilch, für diese Anfangsmilch. Das heißt, es ist verboten, dafür Werbung zu machen. Im Grunde genommen verstößt diese Influencerin gegen dieses Werbeverbot, wenn man ehrlich ist. Ich habe das sogar auch im Video gehört, gelesen, dass aggressives Marketing in diesem Bereich wirklich verboten ist, beziehungsweise strafbar ist. Gut, sie hat in dem Video mehrfach Produkte gezeigt an der Firma für Babyflaschen. Also die hat man mehrfach gesehen. Es war nicht offiziell als Werbung gekennzeichnet, aber man hat diese Flasche einfach gesehen, weil sie Szenen abgedreht hatte von ihren Kindern, denen sie da die Flasche gegeben hat. Und Frauen, die in die Kommentare geschrieben haben und, ja, eine ähnliche Meinung hatten wie ich, die wurden wirklich auseinandergenommen bis zum Kindchenmehr. Das sind aber auch irgendwo dann falsche Vorbilder, denen man dann folgt. Und ich glaube dann, nur weil man halt so und so viele Follower hat, heißt das nicht gleich, dass man die Wahrheit sagt oder dass man alles richtig macht. Ja, sie muss man da wirklich schauen, wie man da auch vertraut und folgt und vielleicht sollte man da ein bisschen mehr auch selber denken und recherchieren, anstatt diese Aussage direkt auf 100 Prozent zu übernehmen. Ja, du hast auch ein bisschen recherchiert. Hast du Bock, dass wir uns mal so die Inhaltsstoffe angucken von so einer Prämis? Genau. Ich wollte gerade dir die Frage stellen, was denn hier gesünder ist, beziehungsweise besser ist, ob die Muttermilch besser ist oder so eine Prämilch. Wir können uns mal gerne die Zutatenliste von so einer Prämilch anschauen. Ich habe immer einfach irgendeine Prämilch von einem bekannten Hersteller genommen. Ich weiß, dass ich alles vorlesen soll, weil irgendwie kommt die mir ziemlich lang vor. Aber wir können ja erstmal mal so an die normale Muttermilch, was denn so offensichtlich der Nachteil von Muttermilch ist. Der Vorteil ist jetzt zuallererst mal, es handelt sich nicht um ein Tierbaby, sondern das ist ein Menschenbaby. Das heißt, die Prämilch ist ja auf Kuhmilchbasis. Jetzt ist aber ein Menschenbaby dem Kuhbaby eigentlich sehr, sehr unähnlich. Also eigentlich müsste man, wenn man so will, ist die Ziegenmilch den Mensch ähnlicher, beziehungsweise am ähnlichsten ist die Stutenmilch, die es auch teilweise zu kaufen gibt. Was es nicht zu kaufen gibt, was aber nahezu ideal wäre, wäre eigentlich von Affen, da wir ja auch von den Affen abstammen. Das gibt es aber alles nicht. Also es gibt Ziegenmilch noch häufiger zu kaufen, zum Beispiel im Drogeriemarkt. Aber der hauptsächliche Teil ist halt eben auf Kuhmilchbasis. Die Muttermilch, das ist kein totes Produkt, sondern die Muttermilch ist lebendig. Da sind ganz, ganz viele Mikroorganismen drin. Das heißt, du hast da die Bakterien. Also Muttermilch ist auch nicht steril. Du kannst unter dem Mikroskop wirklich sehen, wie viele Mikroorganismen sich darin befinden. Und das hilft dem Kind eben, sein Darmmikrobiom ideal aufzubauen, weil da sind Darmbakterien drin, Bakterien, die sich in unserer Haut befinden, auf unserer Haut befinden. Die gelangen alle zum Kind und sorgen dafür, dass das Kind eben seine Immunantwort oder sein Immunsystem einfach stärken kann. Ja, also das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil und auch zum Stichpunkt Immunsystem, da sind Antelkörper drin. Das heißt, du schützt dein Kind aktiv gegen Krankheiten und bietest einen ersten Nestschutz. Also wenn das Kind geboren wird, dann hat das Kind ja auch schon von der Schwangerschaft an sich und alles, was über die Plazette gegangen ist, das ist ein Nestschutz, kann sich also die ersten drei Monate mit bekannten Krankheiten schon mal nicht infizieren. Und wenn du stillst, dann geht das weiter. Und es ist ganz faszinierend, dass auch ein Informationsaustausch stattfindet zwischen dem Speichel des Kindes und der Mutter. Das heißt, es gelangt Speichel vom Kind durch die Brustbarze in den Körper der Mutter. Das wird bei uns analysiert und es wird gescannt auf Krankheiten, die das Kind haben könnte. Und wenn da Krankheitserreger gefunden werden, das heißt, es wird jetzt festgestellt, oh, das Kind hat Corona, werden dagegen eben Hilfsstoffe gebildet, die wiederum beim nächsten Mal in die Buttermilch reinfließen und dem Kind so helfen, gesünder zu werden. Also das kann zum Beispiel eine Prämilch nicht. Das ist klar, weil das Produkt ist immer gleich und es findet einfach keinen Austausch zwischen Brustbarze und Plasche statt. Ja, dann hat natürlich mit der Mutter die perfekte Temperatur, weil das kommt aus dem Körper der Mutter. Es ist unendlich vorhanden, natürlich. Das heißt, wenn man jetzt unterwegs ist zum Beispiel, kann man nicht sagen, ah, es ist jetzt, ich habe zu wenig Pulver mitgenommen oder so. Es ist ständig verfügbar. Ja, also ich würde sagen, das sind eigentlich so die größten Vorteile. Es ist auch irgendwie logisch mit logischem Menschen verstanden, dass die Muttermilch ein Lebensmittel ist, weil es lebt wirklich aus einem lebendigen Wesen. Und ich habe mir die Herstellung von so einer Prämilch angeschaut. Dort werden jetzt zum Beispiel sechs Liter, ich glaube sechs Liter ungefähr, Milch einfach quasi entwässert und am Ende ist es einfach Pulver gemacht. Wie ich hier sehe, sind auch die ersten zwei großen Inhaltsstoffe, Molkenerzeugnis und Magermilch. Hier steht nicht, wie viel Prozent das ausmacht. Da an dritter Stelle landslige Öle mit 26,3 Prozent kommt, muss das natürlich mehr sein. Das bedeutet, der Hauptteil ist halt Molkenerzeugnis und Magermilch. Zum Beispiel, das Kind kann ja noch gar nicht diese Laktose spalten. Also muss der Prämilch Laktase zurückfügt werden. Aber zum Beispiel hier bei der Zutatenliste sehe ich nicht mal Laktase. Das bedeutet, dann hat doch das Kind direkt schon Probleme bei der Verdauung. Ja, also die Kinder haben viel, viel häufiger mit Koliken, Bauchschmerzen, Durchfällen und so weiter, haben häufiger auch diese drei Monatskoliken, von denen man spricht. An der Brust trinken ist natürlich auch was ganz anderes. Das heißt, das Kind saugt erst mal die Milch an und muss viel kräftiger saugen, damit eben weiterhin Milch fließt. Und bei der Flasche ist es so, da kommt ja kontinuierlich und mit weniger Druck kommt die Milch raus. Das heißt, es wird auch automatisch viel mehr auf einmal zu sich genommen, was auch dafür sorgt, dass man dann häufiger eben dieses Spucken hat oder Reflux, dieses Aufstoßen, was natürlich auch einfach ein nerviger Prozess ist. Und was zum Beispiel die Prämilch auch nicht kann, ist Melatonin. Das heißt, die Abendmilch von einer Frau ist ganz anders als die Morgenmilch. In der Abendmilch hast du zum Beispiel Melatonin drin, was das Kind leichter zum Einschlafen bringt. Das heißt, dein Kind beruhigt sich besser. Und in der Morgenmilch hast du was Aktivierendes drin. Da kann zum Beispiel die Milch auch nicht unterscheiden oder auf das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Du hast jetzt aufgezählt die pflanzlichen Öle mit 26 Prozent. Man hat natürlich geschaut, dass die Stoffzusammensetzung an Fetten, Eiweiß, Koditraten in etwa der Muttermilch gleicht. Aber woraus diese Bestandteile gewonnen werden, ist natürlich was ganz anderes. Und neben diesen Molkenprodukten, die du gerade genannt hast, die natürlich hochentzündlich sind für den Darm. Weil es ist ein absolut denaturiertes Produkt, was mit Milch nichts mehr zu tun hat. Wo die Proteine, die Strukturen komplett verändert sind, das ist hoch erhitzt worden. Also das kann der Körper überhaupt nicht verarbeiten. Das ist schon für einen erwachsenen Menschen schlecht zu verdauen. Also selbst als erwachsener Mensch machst du dir damit die Darmbarriere kaputt, wenn du es auf Dauer zu dir nimmst. Also z.B. ich esse das auch nicht mehr, Magermilch-Sachen oder irgendwelche Pülverchen aus Milch, weil das hat leider mit der Milch nichts zu tun. Und auch die pflanzlichen Öle sind leider sehr entzündlich für den Darm. Also Rapsöl, Sonnetumöl zum Beispiel. Du sprichst gerade an das Omega-3 zu 6-Verhältnis. Ich sehe Sonnenblumen und Rapsöl, aber ich sehe keinen Ausgleich für den Omega-3 ein. Hier ist zwar ganz weit unten, wahrscheinlich ist das so ein Kopfen oder so, Öl aus der Mikroalge könnte halt Omega-3 enthalten, aber ich glaube, dass so ein kleiniger Anteil, also so wenig, so wer hat diese, welcher Ernährungswissenschaftler, also Ökotrophologe, hat diese Zutatenliste erstellt. Das ist ja gar nicht wirklich angepasst auf die gesunde Ernährung sozusagen. Ja, wenn das überhaupt ein Ernährungswissenschaftler gewesen ist, es kann auch einfach ein Lebensmitteltechniker gewesen sein. Auf jeden Fall, wie du sagst, es sind ja Omega-6-Fettsäuren hauptsächlich, reich nur. Und diese Mikroalge ist halt auch die Frage, was ist das für eine Mikroalge und wo steht diese Mikroalge? Weil unsere Gewässer sind leider sehr schwermetallrotest. Ich glaube, diese Produkte sind wirklich, so wie du sagst, so denaturiert, dass, ich habe mal geschaut, wenn man zum Beispiel sechs, also nach sechs Wochen, wenn man einer Kuh die Kuhmilch gibt, die wir trinken, die sterben nach sechs Wochen an ihrer eigenen Milch, weil die so denaturiert sind, weil diese Mikroorganismen einfach tot sind. Und wir brauchen die auch, wir haben auch ein lebendes Mikrobiom im Darm. Also du gibst halt leider deinem Kind einen denkbar schlechten Stab mit. Wie gesagt, ich möchte wirklich die Frauen nicht schämen, ja, an dieser Stelle. Es geht um Information. Aber dein Kind hat die fehlenden Darmbakterien, also es bekommt durch dich die Darmbakterien und die Hauptbakterien nicht mit, baut also so per se schon mal kein vollständiges Mikrobiom auf und bekommt zusätzlich diese schädigenden Substanzen für die Darmbarriere, sprich diese entzündlichen Öle, diese denaturierten Kuhmilchbestandteile. Unser Immunsystem sitzt zu 80 Prozent im Darm und das noch in Kombination mit diesen fehlenden Antikörpern, die du ja auch weitergeben könntest, ist leider sehr schlecht fürs Immunsystem. Ja, vor allem Melatonin. Das war auch wirklich eine große Erkenntnis. Ich musste sehr lächeln, als du gesagt hast, sowas kann man einfach nicht wirklich ersetzen. Das ist ja das Bremsen, gell? Ja, das ist unersetzbar. Es ist unfassbar Intelligenz an unserem Körper. Es ist krass intelligent. Und der nächste Punkt ist ja, also Melatonin wird ja stark in der Zerbeldrüse gebildet. Da ist das so der Ort, ob für die Rimmuntroduktion, für diesen Tag, Nachtritt bloß. Und man macht sich einfach einen furchtbaren Stress, wenn man seinem Kind das nicht gibt, weil das fällt ja auf einen selber zurück. Das Kind schläft nicht so gut, so der bessere Laufen. Und zum Stichpunkt Zerbeldrüse, da kriegst du im Krankenhaus direkt Vitamin-D-Tabletten, wo Fluorid drin ist. Das heißt, du kriegst Vitamin-D plus Fluorid-Tabletten, weil Fluorid ist ja so wichtig für den Zahnausbau. Und damit verkalkst du dir Kindern noch zusätzlich die Zerbeldrüse. Und sorgst quasi dafür, dass die doppelt schlecht schlafen. Einmal so will. Oder dass sich deren Rimmunhaustreit von vornherein eigentlich gar nicht richtig entwickelt. Leider. Das ist eine echte Information, die, glaube ich, jede Mutter bekommen soll. Und ich glaube, hier machen wir erstmal einen Schnitt und reden in Teil 2 darüber.